Liebe Hamburgerinnen und Hamburger! Letztes Jahr, am 1. Januar, konnte ich hier im Rathaus noch viele Bürgerinnen und Bürger, Vertreter von Vereinen und Hamburger Originale begrüßen und ihre Neujahrsglückwünsche für den Senat entgegennehmen. Trotz dieser jahrhundertealten Tradition ist dies während der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Das Rathaus ist derzeit für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Ich bedanke mich aber auf diesem Wege sehr herzlich für die Glückwünsche, die mich über die sozialen Medien, per E-Mail oder mit der Post erreicht haben und wünsche auch Euch und Ihnen allen ein gutes neues Jahr!